Es geht weiter im nächsten Teil, diesmal den Stachy Cup. Stadtrundfahrt Madrid steht an. Und ja, gegen Sandra, Hallöchen. Hallo. So, mal schauen, ob ich jetzt gewinnen werde. Ja. Madrid steht an. Und es wäre noch nice, wenn ihr das Wiederschein zum Support schnell liken würdet. Oder falls du hier das erste Mal zuguckst und noch kein Abonnent bist, kannst du ja kostenlos abonnieren. Aber passt so die nächsten Videos nicht. Oder vielleicht mal einen Livestream vorbeigucken. Da spiele ich auch immer mit der Community zusammen. Ist auch cool, oder Sandra? Ja, mega. Das ist schon immer cool. So. Ich muss mich wirklich gefahren. Ja, Sandra fährt jetzt mit Diddy Kong und ist mit Funky Kong. Wir haben jetzt auch gedacht, oder gesagt, ja, wir machen ja einen kleinen Wechsel der Charaktere. Nicht die gleichen DLC Charaktere wie davor. Also einfach ein Wechsel. So. Das ist natürlich auch wieder eine Herausforderung im Grunde genommen. Wieso kommt denn der Blitzer? Und noch nur. Hallo? Das muss jetzt einfach sein. Das war heftig. Da holt mich so ein kleines Baby auf. Dieses Baby ist nicht nett. Loll, Toad ist auch. Wieso gehen die mich alle auf? Geht's doch gut. So nicht. Wir machen das super. Super. Ja, also zweiter muss ich da schon werden. Das frisst da schon viel. Wow. Wenn man da weiter hinten ist, da ist natürlich der CPU schon ziemlich aggressiv. Ja. Oh, du kommst, glaube ich. Nein. Ich doch nicht. Oh nein. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Es hat auf der Karte getäuscht. Okay. Das kann es geben. Ah, ich sehe dich da. Hallo, du hast gesagt, du kommst doch nicht. Nein, wieso? Das wäre doch so schön gewesen. Hä, was ist passiert? Ich habe mich mit den Green Shills abgeschossen. Ich schieße gleich Green Shills nach vorne. Und keine trifft dich, sondern mich. Okay, mega cool. Du hast einfach ein Mega-Glück gerade. Das habe ich nicht gesehen. Das ist einfach Pech. Das ist einfach Pech. Nein, jemand hat mir meine Red Shills geklaut. Ja, du bekommst eine neue. Neue Red Shills, neue Red Shills. Neue Red Shills für dich. Ja, jetzt hoffentlich trifft sie dich noch. Nein. Vor dem Ziel. Boah, Glück gehabt. Sie hat es noch geschafft. Ja, ich schlug direkt ins Ziel eigentlich. Okay, mal schauen, wie es weitergeht. Es geht weiter. Rosalinas Eis verlässt. Palast. Okay, diese Strecke mag ich nicht so. Obwohl sie vom Design mega schön aussieht, aber die Strecke irgendwie ist weniger meins. Okay. Mal gucken. Mal gucken. Und wie findest du diese Strecke so? Ja, nicht schlecht. Okay. Ja, ich weiss nicht, was ich gerade da für einen Blödsinn mache. Jetzt Pinguine da unten, aber es ist nicht so gut der untere Weg. Ah, hallo, da bist ja du. Ja. Nein. Hast du den falschen Weg genommen, oder was? Ich bin in so ein Eis-Dings reingefahren. Okay. Und dann konnte ich die Abkürzung nicht nehmen. Hey, war das deine? Yes. Und da kommt noch eine. Okay, das ist nicht von dir. Jetzt musst du dich nach vorne kämpfen. Viel Spass. Ich komme dann wieder. Viel Spass, viel Spass, viel Spass. Also, der Kampf beginnt für dich. Es ist irgendwie ein bisschen schwierig zu steuern, der Funky-Kampf für dich. Man merkt irgendwie das Gewicht irgendwie. Ich finde den allgemein ein bisschen komisch. Hallo. Ehrlich gesagt. Hallo, der ist doch cool. Der ist doch cool. Mhm. Oh, wie schnell. Nein. Ja gut, ich bremse nicht ab. Ich hätte noch was anderes machen können. Ja. Es ist zu spät. Nein, ich hätte es noch machen können. Weisst du, man kann ja auch mit einer Bananenschale kann man den Aufbrill der Blue Shell am besten verringern, dass es nicht mehr so stark ist. Das wusste ich gar nicht. Nicht? Nein. Nein. Okay. Ich hätte es noch machen können, weil eigentlich hätte ich genug Zeit gehabt. Du hast mich eigentlich noch ziemlich gewarnt. Hätte es noch gereicht. Nein. Toad. Ja, und jetzt noch der, 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 geh weg. Ja. Weg hier. Hey, Toad. Gehst du? Hey, wieso ist das so schnell? Jetzt da aber. Hey, geh weg. Nein, der, der hat mich ehrlich gesagt noch aufgeholt. Das gibt's doch nicht. Ich, ich check's nicht, was mit diesen CPUs los ist. So, jetzt hole ich mir auch meinen Siege. Jetzt habe ich noch keinen Sieg geholt. Also Siege, einfach Platz 1 hier. Check ich nicht. Der kleine Toad geht so richtig ab, da vorne. Der Yoshi-Bike. Ja. Kleiner Toad, kleiner Toad. Ja. Ja. Ja, hinter dem Toad. Wir versuchen dich aufzuholen irgendwie. So. Mhm. Wieder die Pflanze. Platz 2 ist auch ungewohnt. So. Glück gehabt. Aber ich seh dich da vorne. Jetzt komm ich. Jetzt komm ich, Sandra. Ich hab verantwortlich, dass eine... Also, dass eine Blue Show kommt. Ich hoff's. Weil... Ja. Ist ein bisschen unpraktisch. Ja. Ich seh dich da vorne. Ich seh dich da vorne. Ja. Boah, knapp abgewehrt. Hey, nein, nicht doch eine. Hallo? Ja. Okay. Adieu, adieu. Okay, jetzt darf eine Blue Show kommen. Nein, jetzt kommt ein Blitz. Jetzt kommt ein Blitz. So. Der Sieg ist mir. Der Sieg ist mir. Oh, Leute. Der Sieg ist mir. Schick deine Blue Show. Das wird ein bisschen knapp. Der Sieg ist mir. Nein, woher ist es ins Feuer gekommen? Nein. Jetzt keine Blue Show mehr. In letzter Sekunde kam noch ein Feuer. Das war jetzt nicht gut. Ja. Okay. Da unten hat es noch ein Pilz. Nein, du hast es noch abgewehrt. Ja. Nein. Inking fährt noch hinter mir so nahe. Alter. Und hey, das Feuer ist einfach so aus dem Nichts aufgetaucht. Man hat es nicht mal gesehen. Okay. Das letzte Rend. Ja. Das Beste, was jetzt hier passieren könnte, ist, wenn Sandra letzte sein würde, dann hätte ich vielleicht noch gewonnen. Ich hoffe nicht. Ja. Der letzte ist schon ein bisschen heftig. Das ultimative Unglück. LOL. Ich wirf einfach meine, meine... Hä? Was ist passiert? Ich wirf einfach meine Schellen nach vorne und es passiert dir einfach nichts. Ach, das war deine, die nach vorne ging. Ja. Du bist irgendwie auf der Seite durchgefahren. Und das ist eigentlich auch irgendwie mega komisch. Ja. Oh, shit. Ich habe es ausprobiert, aber das hat leider nicht so geklappt. Mist. Ja, die hat dich verschont. Die ist nämlich neben mir. Cool. So. Die ist einfach easy verschont. Schießt du mich keiner da ab? Nein, nein. Je. Nein, nein. War nicht auch. Wow. Häftig, häftig. So nicht. Zeig, hättest du mich da gefahren. Ja. Ja, ich traue dich da doch auf. Ja, und. Oh, cool. So schnell. Super, ich freue mich. Wieso wärst du sie ab? Ja. Okay, mega cool. So. Da vorne ist sie. Da vorne ist sie. Und ich sehe nichts. Sie ist da vorne. Und ich versuche weiter nach. Oh, der Blitz. Komm schon. Einmal Platz 1. Einmal Platz 1. Einmal Platz 1. Das wär's doch. Einmal Platz 1. Einmal Platz 1. Einmal Platz 1. Nein, nein. Ist schon gut. Einmal Platz 1. Einmal Platz 1. Einmal Platz 1. Oh, oh, jetzt kommt eine Blutstelle. Ich kann es nicht abwehren. Ja. Oh. Okay, es hat mich nicht erwischt. Ja. Boah. Hey. Ja, hallo. Ich muss hier gewinnen. Es geht um den Sieg. Okay. Ich muss hier gewinnen. Ich komme dann wieder. Ja. Nein, das habe ich gemacht zum Blödsinn. Das war jetzt kein Fehler. Nein, wieso habe ich... Nein. Ich habe ausversehentlich die Hupe zu früh benutzt. Okay. Schade. Alter, wie ich gekämpft habe auf der Strecke. Das wäre mein Platz 1. Ich habe so blöde Fehler gemacht im Falle. Oh. Ja, oh. Krass. Ich habe mich so nach vorne gekämpft. Oh. Oh. Hätte ich die Hupe noch benutzt. Ich weiss nicht, wieso ich die Hupe aufs Mal benutzt hätte. Das wäre wahrscheinlich irgendein blöder Reflex gewesen. Janu. Glückwunsch, Sandra. Zum zweiten Sieg. Dankeschön. Ach, tschüssi und dich. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, ne? Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020